RFH präsentiert Kabarett Genial im Februar. Gehen Sie mit dem Kabarett Lampenfieber auf Großbaustelle und werfen Sie einen Blick hinter den Bauzaun. Ra-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta, Hemma, 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 ra-ta-ta-ta, alles im Bau, alles im Bau, wieso, das wissen wir auch nicht genau. Freuen Sie sich auf jede Menge Nervensägen, Dünnbrettbohrer und einen Hausmeister, der fast schon im Baumarkt wohnt. Wenn ich mich in der Hose zutief, geht der Klapp ab. Wenn ich nehme preis, sehe zu heftig, schmucke ich in der Kopf ab. Hier ist alles möglich. Der Modepapst Harald Glöckler verkauft paillettenbesetztes Werkzeug an die modebewusste Heimwerkerin. Die Bundestagstoilettenfrauen brauchen einen Tapetwechsel und alte Diven werden sogar rund erneuert. Und angefangen habe ich mit einer Metallraspel, damit habe ich mir die Stirn geglättet. Und anschließend mit Hammer und Nagel meine Wangenknochen fixiert. Ein aus den Fugen geratener Unfug mit schrägen Nummern und Hammer-Songs. Zusammengezimmert von Matthias Bittroff, Jana Olszewski und Frank Schlegel. Infos zu den Terminen im Harz finden Sie auf kabarett-genial.de Und dann können Sie auf die Tür gehen.